So, servus. Wir müssen jetzt Wörter raten. Möge der Bessere gewinnen. Let's go! Are you ready? Ja. Ja, ja, ja. Okay, konzentriert euch. Ich konzentriere mich. Ach du Scheiße. Versicherung. Krass. Versicherung. Da war ich jetzt schneller. 1,1. Missverständnis. Fuck. Oh, fuck. Einverstanden. Finsternis. Sonnenfinsternis. Fuck. Ich hatte es auch gerade. Fragment. Management. Nein. Fragment. Oh, Gott. Jetzt kommt die ganz dunkle Seite in mir raus. Identifikation. Geh nicht so nah ran an den Monitor. Roboter. Akrobatik. Nein. Nein. Bet-dra-ko-akro-akro-akro-akro-akro-akro-bat. Achro-bat? Ne. Bet-akrobat. 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 Ach so. Ja, genial. Ja, weil der Hintergrund rot ist. Wort neu schäbt. Das hat dich nämlich irritiert. Ja genau. Der rote Hintergrund. Konstruktion. 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 Rekonstruktion. Rek. Rek. Geschlechtskrankheit. Geschlechtskrankheiten. Oh fuck my life. Ja genau. Penispumpe. Imperium. Die Penispumpe des Imperiums. Und dann ist Lichtscherz. Advent. Nee. Event. Das ist ja kursiv. Working Event. Was ist ein Working Event? Networking Event. Leider ein bisschen schneller. Ich hasse es. Das Spiel mit dir zu spielen. Knast. 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 Titten. Was sind denn Knast-Titten? Tittenknast. Was ist denn Tittenknast? BH. Ach so. Ich dachte man hat Knast-Titten. Weil man irgendwie zu lange sitzen muss. Was? Ja weiß ich nicht. Wenn du zu lange im Gefängnis sitzt, dann kriegst du halt in der Zeit Knast-Titten. Meine ich. Zu wenig Bewegung und dann hast du so wie Man-Boobs, aber halt Knast-Titten. Ah. Ah. Äh. Tic. Konzin... 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 Tin... Inkontinenz. Inkontinenz. Ah. Nice. Nice. So. Lustgrotte. Wow. Ich hab nur so ein Trottel gelesen drin. Eichhörnchen. 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 Wollte ich aber gerade sagen. Anna. Hab ich auch gesehen. Ich hab das Wort gesehen. Ich wollte es noch kurz verifizieren, aber ich hätte mehr auf mein Bauchgefühl gehört. Also die mit den Runden kommen... A... Luka... Ne. Analo... Kameras. Ne. Ah. Okay. Du hast nur anal gelesen. Schmoll... Lappen. Sch... Schamlippen. Schm... Schm... Schlappen? Ne. Schmecklappen. Schm... Schmutzlappen. Das hat doch Lea neulich gesagt. Schlabbermatte hat sie gesagt. Schlabbermatte hat sie gesagt. Was ist eine Schlabbermatte? Ja, da ist die Frage. Ist das die Zungen? Margin. Babagin. Was ist die Schlabbermatte? Ich fand es ist die Zunge. Ich fand es auch die Zunge. Aber sie war überzeugt, dass das die... Die Vagina ist. Wolle sie. Okay. Schmutzlappen ist es nicht. Schm... Schm... Fast. Schm... Schmock. Schm... 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 Schmitzlappen? Schmierlappen. Ja. Was ist denn ein Schmierlappen? Ein Schmierlappen. Ein schmieriger Typ. Hat er mich gedacht, hat er gesagt. Ja. Danke. Engelsgesicht? Ne. Backpfeifengesicht. Eins, eins, oder? Ja. Synchron. Ja. Ey, nicht vorne. Das muss schon richtig sein. Ich wusste nicht. Das ist das allerletzte, Anna. Ich wusste nicht, was passiert. Ja, du musst warten, bis du richtig hier in dieser Spalte bist. Dann greifst du. Du musst warten, bis du in der Spalte bist. Musst du, weil das ist so ein hektischer Handshake. So zu schnell zugegriffen. Anna, letzte. Hallo. Und dann... Du denkst es gegenüber total in Verlegenheit, weil du dann die Fingern ausmachst. Und die Daumen so... FFFK. Eierkeks. Eierkeks. Eiskleks. Nee, ei... Eichelkäse. Eichelkäse. Echt jetzt. Ja, okay. Aber hab ich gewonnen? Doch. Doch. Ich hab... Deutschland. Ich hab... Deutschland. Wo ist der Cremant? Stimmt. Es gibt keinen Cremant. Ich kann mich nicht entspannen ohne Alkohol.